Hallo und herzlich willkommen hier am Start bei dem Webbase mit mir, dem Chris, mit mir Franco und wie gesagt, wir sind im Tag Team Modus wieder unterwegs, wir lösen unser jährliches Waponeten Giveaway auf, wer hat die meisten Waponeten und wer ist in den ersten Plätzen mitvertretender, danach gibt es auch noch die Auflösung vom Smagsy seinem Video Giveaway, was wir natürlich mit dem Video gleich verbinden, genau und ich würde sagen, wir fangen gleich an, ja, der erste bis dritte Platz, der erste Platz bekommt 25 Euro PSN, Xbox oder Amazon Guthaben, was derjenige sich auch wünscht, der zweite 20 Euro und der dritte 15 Euro und das sind natürlich die Jungs, die am meisten Waponeten gesammelt haben und zwar ist es einmal der gute Kausi, der mit 1,6 Millionen Waponeten Platz 1 übernommen hat. Also Glückwunsch, Liga, lass uns auf jeden Fall was zukommen, dann hat der Dominik mit 1.100.000 und der zweite Millionär und der Sam mit knapp unter einer Million und zwar die 904.000 Waponeten. Also Glückwunsch, Jungs, generell, schon mal vorab, alle, die, die jetzt heute gewinnen sollten, bitte bis zum Release von FIFA bei uns melden, ansonsten werden wir das dann neu ausraffeln, dann einfach im Stream oder so. Richtig, und es handelt sich bei dem Release, das wir meinen, um den 27.09. Also, wie gesagt, pusht eure Körper, wenn ihr natürlich abgreifen wollt. So, wir haben die ersten drei Plätze schon mal durchgeölt, das heißt, wir gehen jetzt vom Platz 4 bis 10. Ich würde sagen, ich lese sie dann noch kurz vor. Bitte sehr. Und zwar ist der vierte Platz der Hashtag Glorious, der fünfte US-Präsident, der sechste Lars Kölber, der siebte ist der Flo, der W264... Der achte ist der Pit, der neunte ist der Marvin, der FIFA-Skorpion und der zehnte ist der Florian Schmidt. Richtig, und wir haben hier eine neutrale Person, die das Raffle entscheidet, nämlich Siri. Wir fragen die junge Frau, querstrich die Computerstimme, eine Zahl zwischen 4 und 10 und dann lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. Siri, nenne mir eine Zahl zwischen 4 und 10. Die Antwort lautet 4. 4, ja, das ist der Hashtag Glorious. Hashtag Glorious, Grüße gehen raus, wie gesagt, du hast jetzt die Wahl zwischen einem Netgear-Paket. Netgear-Paket, wie gesagt, ist T-Shirt, Drucksack, EDC mit am Start oder wie gesagt, als Trostpreis, wenn du sagst, na, du musst den Scheiß nicht, dann kannst du eine 10er PSNKT von uns wünschen. Oder wie gesagt, Amazon, Blau, Blob, etc. Dann haben wir noch die Plätze 11 bis 30 und zwar ist eben ein Lostop dabei für 5, also VIP-Abo-Games, also unter die 11 bis 30 verlosen wir 5 mal VIP-Abo-Games. Und zwar ist das einmal der Platz 11, Haider, Manuel, dann der 12, Kyril, 13, Raba, Sebastian, 14, Andrea, Lorenz, 15, Klebs, L2, 16, Kilian Hartl, 17, Mahir Aslan, Freshboy 7 ist die 18, Andy 99 die 19, Flitzekacke die 20, geiler Name, die Millie FC die 21, Futalp die 22, Finn Lukas, Block, die 23, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. 24. ist der Alexander Wiedemann, 25, Black Air 1, Hugo Lörres ist der 26. Servus oder so, die 27, der Gerrit ist die 28, Tim Hofbauer ist die 29 und FIFA T-Shirt Army ist die 30. Und Jungs, nicht, dass ihr meint, wir erzählen euch irgendeinen Scheiß, sondern ihr seht es hier, also wir haben dann wirklich fein säuberlich alle rausgeschrieben. Ja, vorab natürlich, nachdem, dass die besten 30 vorgelesen worden sind, von unserer Seite ein herzliches, herzliches Dankeschön. Ihr wart es, wie gesagt, die 30 krassesten Supporter, Hashtag, sag ich jetzt mal, Klammer auf, vielleicht auch noch Glück im Wetten gehabt. Aber, wie gesagt, wirklich vielen, vielen jetzlichen Dank und wir uns natürlich freuen, wenn wir nächstes Jahr genauso wieder krasse Millionäre am Start hätten, vielleicht noch ein, zwei, drei mehr, die uns dann supporten und, wie gesagt, uns auf unserem Weg begleiten. Das heißt, Siri, walte deines Amtes. Siri, nenn uns bitte eine Zahl zwischen 11 und 30. Das ist 41. Ah, ja, wir machen es mal nochmal kurz, alles klar. Nenne uns eine Zahl zwischen 11 und 30. Die Antwort lautet 41. Siri, würfel eine Zahl zwischen 11 und 30. Das wäre ein... Nochmal, Jungs, also komm, wir haben jetzt hier mal kurz mal eingestimmt auf die ganze Zahl. 24 hours later. Das ist 31. Okay, dann switchen wir mal, wir machen es anders. So, Jungs. Übrigens, die Nummer 41 hat alles gewonnen. Wir machen Bescheid. Hey. So, Jungs, ich glaube, das sieht man hier gut. Also, dass wir da auch nichts faken oder sonst irgendwas. Doch, nein. Random Number Generator. Ich würde sagen, wir starten rein mit dem ersten VIP-Abo-Game. Und zwar ist das die Nummer 17. 17. Und 17 ist Mahir Aslan. Mahir, grüße ich natürlich. Du kannst uns eine auf den Sack geben. Richtig. Wahrscheinlich ist noch einer in der Liste, der sich am allermeisten freuen würde. Grüße gehen wir raus an den Flo. So, dann weiter. Wobei, der sowieso ist VIP-Abo-Game-O-Freunde. Die Andrea Lorenz. Andrea, du darfst uns natürlich auch bestrafen. Kein Thema. Dann gehen wir in den dritten Raffle. Mit der 19. Andi99. Andi99 mit der 19. Die 9 ist Programm bei dir. Der 4. 29. Der Tim Hofbauer. Tim, grüße ich natürlich an dich auch raus. Und jetzt das letzte noch. Tadam. 24. 24. Alexander Wiedemann. Alexander, grüße ich natürlich auch an dich. Ihr habt die 5 VIP-Abo-Games gewonnen. Und nochmal herzlichen Dank natürlich an jeden. Und Glückwunsch an die Sieger. Wir haben uns sehr gefreut das ganze Jahr, dass wir von euch begeistert worden sind. Deshalb danke nochmal an dieser Stelle. Und wir schließen jetzt an mit dem nächsten. Nämlich dem Giveaway vom Smexi und unserem Video. Mit dem Swap-Deal. Unsere Serie, die wir aufgelegt haben. Und das alles danke schonmal. Aber wie gesagt, an jeden Kommentar unter den Videos. Und wir referen aus. Da gibt es nämlich auch ein schönes Programm, das uns hier supportet. Und natürlich dementsprechend wir das umsetzen. Wie gesagt, da gibt es natürlich auch viele verschiedene Sachen. Wir haben jetzt unseren YouTube Random Comment Pick ausgesucht. Wir haben jetzt hier praktisch einmal das Giveaway auf unserem Kanal das Video. Da haben wir einen Game Changer genommen. Und dann müssen wir noch den URL-Link vom Smexi sein Video reinpushen. Genau. Wir starten mit unserem Video. Franco, Deine, Deiners, Anders. Und jetzt 163 haben mitgemacht. Get YouTube Comments. Und jetzt start Raffle and Pick Random Winner. Da seht ihr es durch. Switchen. Und es wird langsam her. Und Kai Hoffmann. Kai. Sehr schön. Mit Hashtag Swap-Deal. Echt geiles Format. Richtig unterhaltsam. Mit diesem Kommentar bist du natürlich auch in unseren Herzen eingestiegen. Danke nochmal für den Support, Digga. Und GG. Genau. Wir abonnieren dich auch. Also kannst du uns gerne per Instagram uns eine Nachricht zukommen lassen. Am besten mit deinem Screenshot, dass wir dich abonniert haben. Richtig. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich weiter zum nächsten. So. Wir sind im Generator drinnen. Und filtern jetzt mal vorab schon heraus, wie viele Leute das mit Hashtag Swap-Deal am Start waren. Oh ja, es sind einige 337 Leute haben beim Smagsy mitgemacht. Und Franco, Start das Raffle für die zweite 20er PSN-Karte. Auf geht's. Ich bin gespannt. Erstmal vielen Dank an jeden Einzelnen, der mitgemacht hat natürlich. Und der Winner ist Reflex. Reflex, grüß dich aus. Mit Hashtag Swap-Deal. Danke natürlich, dass du uns gesupported hast. Und natürlich auch beim Smagsy am Start bist. Vielen Dank. Wir abonnieren dich. Wir sind ein 36er Abonnent von dir. Unterm Strich. Nochmal herzliches Dank natürlich für die Kommentare. Und wie gesagt, ihr habt jetzt Zeit, bis zum 27.9. uns zu kontaktieren, dass wir die Preise einlösen können. Wäre natürlich super, wenn jeder Erstgezogene dementsprechend auch seine Preise abholen könnte. Deshalb vielen Dank von unserer Seite. Und Franco? Genau. Ich sage auch nochmal Danke. Und wie gesagt, wenn es nicht aufgelöst werden, beziehungsweise wenn die Jungs nicht auf uns zukommen, dann werden wir so machen, dass wir das einfach im Stream nochmal neu verlosen an die Jungs, die noch im Stream noch am Start sind. Das ist am einfachsten. Richtig. So als kleines, genau so als kleines Add-on. Dankeschön für die Leute, die uns natürlich ständig supporten und natürlich auch ständig begleiten. Deshalb vielen Dank nochmal, wie gesagt, fürs mit dabei sein. Grüße ich Ihnen raus von unserer Seite. Bis zum nächsten Quartals. Entschuldigung, bis zum nächsten jährlichen Leaderboard. Macht's gut. Auf geht's. Millionäre.